An so einem Spiel mit dabei zu sein, ich hab so grob... Roberto Firmino, in die Gasse. Und der... Mohamed Salah... Ja, der Treffer zählt! Der Ball nach vorne. Mohamed Salah kann ihn machen. Mohamed Salah hat ja viele Qualitäten, aber das technisch noch sauber hinzubekommen, das war... Und das Ding abgefangen! Gomez! Er trifft! Jetzt in die Kabinen, es ist Halbzeit. Oh, das kann ins Auge gehen! Hier ist Luis Moriel. Und er macht sich den Weg, probiert! Da ist er drin! Zum richtigen Zeitpunkt zur Stelle. Das sieht vielversprechend aus. Die Chance, das muss es sein! Und der Pass, er trifft die... Gnadenlos ausgenutzt, auf den ist am Ende dein Glückliefer. Was sagst du zum Spiel, Hansi? Ich habe die Gießen, ist die Fußball-Fan... Ich habe die Gießen, ist die Fußball-Fan... Die Schleifung, die Gießen, ist die Fußball-Fan... Ich habe die Gießen, die Gießen, die Gießen, die Gießen...